Hallo! Hallo und herzlich Willkommen zu... ...denk mir dir leid. Immer noch ein paar Schneeflöckchen. Ich frag mich, wann hier die Schneeflöckchen rauspätschen. Das wird witzig. Ja, nur in der Lobby ist ein bisschen Schnee. Also so ein richtiges Schneemap, ey, Alter. Oder eine Wüstenmap wär auch geil. Ich mein, der Sumpf ist ja auch schon super, aber... ...ich hätte wirklich mal so gern was mit... ...also jetzt nicht Unterwassermap, ja, wir haben... ...nach muss ich ja mal scherzen. Das haben wir, glaub ich, sogar in unserem Stream gesagt. Ja klar, wir machen eine Unterwassermap. Und die Survivor sind die Schrimps oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwas hatten die leider gesagt. Und, ähm... Naja, aber... ...Wasser muss nicht unbedingt sein, ne? Also so einfach so... Oh, da will jemand zum Swamp. Da will jemand zum McMill. Hä? Hä? Wieso kann das zusammensticken? Hä? Was? Also haben wir jetzt zur Hälfte gleich McMill und eine andere... Das wärs auch, ey. Ne, das ist ja nicht possible. Das wärs ja. Boah. Ach ja. Ja, so eine Wüsten- oder Schnee-Eis-Map wär richtig geil. Und es ist immer ein richtiger... Ich mein, der Sumpf, den wir da haben, der ist ja... Ist ja schon toll. Aber so... Also so richtig mit so ein bisschen Wasser drin. Also so richtig Wasser, wo du dann zur Hälfte dann im Wasser stehst oder so. Oder wenigstens ähm... Mit den Knien oder so, ja? Das wär ne echt böse... Map. Das wär wirklich ne böse Map. Die würde dann jeder Killer haben wollen, ey. Weil du keine Hooks und keine Traps sabotieren kannst. Oder... Keine Ahnung. Oder die statten einfach jeden direkt mit so ner... Unterwasser-Tauchmaske aus oder so. Ist da hinten ein Generator? Weil manchmal ist hier oben auch einer. Da ist einer. Alter! Die verpisst dich schon? Die verpisst dich schon? Da hinten ist keiner. Da musst du nicht hinlaufen. Nicht so viel Reden, Süße. Da ist der Killer. Oh shit. Was? 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 Das? Todt pensando war alles... Es geht weiter. Dann我不知道 darüber immer mehr damit bleibenulturae. Aus spielsgesflöten ich stubben. sleepierst dich. ялäCoAS-alsin. Huh? érieur density. Es ist aber nett, dass der so weit wegläuft. Es ist aber nett, dass der so weit wegläuft. Alter, wenn das jetzt mehr im Nebel ist, das sieht eher aus wie... Alter, was sind das für Wolken, ey? Boah, das sind Giftgaswolken. Smogmog ist hier gewesen. Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das. Das ist das, was ist das, was ist das. Er hat wenigstens es nicht gekämmt. Ah, dieses Mock Mock Wolken hier, ey, ist der reinste Hammer hier. Er hat wenigstens es nicht gekämmt. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, nee, ist hier noch. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.